Hinter uns hat einer mächtig Durst. Ja, na dann soll er doch in aller Ruhe trinken und dann schauen wir uns nochmal schnell den Philipp Schöhn an und dann schweige ich mal wieder für ein paar Minuten. So. Denn der ist auch nicht so schlecht, im Gegenteil, der ist sogar richtig gut, auch über die 100 Meter Marke, oder? Philipp Schöhn? Ja, die können jetzt springen, wie sie wollen, sie gefährden die Deutschen. Nein, das natürlich nicht, aber es geht natürlich auch um Platz 2 und 3. Also, ein Glück, dass wir jetzt keine Kamera in der Kabine haben. Severin mit dem Strip. Ja, genau. Ein bisschen warm heute. Ein Oberkörper wie ein Gewichtheber. Unglaublich, ja. Severin, es gibt Leute, die sagen, den kannst du nachts um 12 wecken. Der kommt aus dem vollen Training, das ist bieb egal. Der springt, der springt. Ja.